Hallo und herzlich willkommen bei TipTap.io. Hallo. Wir haben hier ein Paket bekommen und zwar von Finn. Finn, das ist von dir. Und jetzt gucken wir da mal rein. Schneid auf. Oh mein Gott. Oh nein, das ist ja süß. Das ist doch aus diesem Tempel-Spiel. Oh, weißt du was? Heute habe ich so ein ganz schönes Mario-Gross gespielt. So, jetzt kümmere ich mich mal hier vor und hier, guck mal, was da ist. Was hast du an uns eingeparkt? Die sind erstmal für alle, für alle lege ich nach vorne. Also es ist wirklich sehr viel drin. Für alle, für mich. Dankeschön, Finn. Das ist auch hier ganz lieb, lege ich auch für alle. Aber ich lese erstmal vor hier. Ein Brief ist von dir mit dabei. Hallo TipTap.io. Euer Kanal ist cool. Macht so weiter. Würde mich freuen, wenn ihr mir eine Autogrammkarte schicken könnt. Ich bin 13 Jahre alt und gucke eure Videos seit dem 29.12.2016. Das ist ein Kauau. Das ist immer ganz fällig. Ich hoffe, euch gefällt das Paket. Könnt ihr meine Musicalis gucken? Bitte nicht die Musicalis im Video zeigen. Heiße auf Musicalis, das wollen wir dann bestimmt auch nicht sagen, wenn wir die auch nicht zeigen sollen, oder? Ich denke. Die Verpackung für die Spiele hatte ich nicht mehr. Das macht nichts. Das macht gar nichts. Also du hast hier echt so viel eingeparkt. Gucken wir mal rein. Vielen Dank für deinen Brief. Dankeschön. Und natürlich auch für das coole Paket. Ja. Echt super. Ich habe hier schon mal Seifenwasser. Oder das sind Seifenblasen. Für jeden eine. Wir müssen eine Seifenblasen-Challenge machen. Oder? Solche Mini-Fang-Becher. Die hatte ich früher ganz cool. Die hatte ich auch als Kind. Aber etwas größer. Pokémon. Wow. Solche hattest du doch früher auch mal hier, oder? Nee, die waren größer. Bei mir waren das so eine größere Belachung. Ja, größer. Ja, cool. Gehen die auch irgendwie auf? Nee, vielleicht ist es nur so. Ich weiß nicht. Ach, irgendwie gehen die auch. Sicher? Nee. Nee. Ich glaube, auf jeden Fall ist da nichts drin. Probier mal auf. Ja? Ja. Dann ist hier so ein... Ich würde sagen, wird eben auch. Das Rechte wird ja da rein. Hier ist doch ein Pokémon. Ich habe Pokémon eingefangen. Dann habe ich hier eine Verpackung. Da steht drauf, alle. So. Was ist denn das, finde ich? Häh? 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 Das kann der. Ich habe das schon mal gesehen irgendwo. Guck mal, ist das wirklich kein Kau-Rummi? Warten wir mal bei McDonalds. Das ist Furby. Das gucken wir uns mal an. Oh, das ist eingefangen. Wie da funktioniert hier? Oh, ich habe hier noch etwas für Ash. Achso, ich packe das einfach mal raus. Also ich habe hier... Oh, das ist auch süß. Hey, cool. Und ich habe hier Luigi. Und sogar zwei Spiele. Für die Wii und Nintendo DS. Super Mario Galaxy. Das kenne ich auch tatsächlich noch gar nicht. Das ist ja cool. Und Nintendo 3 DS The Sims 3. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das war echt viel zu viel. Dankeschön. Das war echt alles super hier von dir. Vielen, vielen Dank. Du hast es nicht gefragt, aber wir grüßen dich auch. Hallo Finn. Und jetzt wollen wir mal ausprobieren, wie deine Spiele funktionieren. Auf jeden Fall diese hier. Die sind cool. Mach die mal auf. Was ist mit den Seitenlaufen? Du weißt, dass es geht, ne? Boah! Die musst du auch dann wieder auffangen. Du musst das machen. Ich denke es niedrig. Das ich auch. Guck mal. Das wird aber schwierig hier, ne? Ja. Ja. Wir brauchen heute ja schon jeden Sonner. Hey! Funktioniert sogar. So. Wo ist mein Ball? So. Also mit diesen Dingern hier treffen wir leider die Raumdecke hier. Da kann man nicht so gut hochschießen. Da müsste man rausgehen. Aber, also mein Ball ist auch schon weg. Ist irgendwo unterm Regal. Okay. Die Bälle sind sehr schnell verspoten. Aber die tusten wir. Oh nein. Da sprang gerade einer gegen die Kamera. So. Und jetzt haben wir diese hier. Die habe ich ja schon mal aufprobiert eben. So. Die funktioniert sehr gut. Hä? Achso. Aha! Ja! Da wird man noch wieder Kind. Ja! Wow. Mäuschen pustet mal nicht ganz dabei rein. Man sieht überhaupt nichts hier. Ah! Die machen eine Schlacht! Nein! Hilfe! Angriff! Oh! Mach mal! Okay, also. Wir spielen hier noch ein bisschen mit den Seifenbladen. Beziehungsweise Mama und Dad. Und dann nochmals vielen Dank für dein tolles Verkehr. Vielen, vielen Dank, Finn! Max ist auch mit dabei. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Nein! sanitizei! Untertitelung des ZDF, 2020